Ähm, ja, hallo, jetzt willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Jophie Timo. Und diesmal nur so eine kleine Information am Rande. Ihr kennt sicherlich Duck, also I'mDuck oder I'mDuck oder Blind.dll. Kennt ihr sicherlich, der hat ja hier mit seinem Best of Duck Video bei den Crossfire Film Awards 2011 teilgenommen und auch gewonnen. Also Best Tracks hat er gewonnen, also ziemlich cool. Dann müsste er jetzt seinen Ribbon bekommen und seine AWM Gold. Wenn wir dann mal kurz gucken, hier haben wir sein originales Profil, Blind.dll. Das Ribbon hat er nicht. Und, ähm, wir finden noch keine AWM Gold bei ihm. Ja, stattdessen, wenn wir jetzt mal kurz gucken, haben wir jetzt hier noch einen Blind.dill. Der heißt sogar Blind.dill, da hat der wohl den Namen falsch geschrieben. Und der ist noch trainee, hat noch fast keine Spiele gespielt und hat schon die goldene AWM und das Crossfire Film Award Ribbon bekommen. Das bedeutet, dass er auch ganz verschrieben hat und somit den falschen Blind.dill, auch wenn es hier sogar D-I-L heißt, somit der falsche jetzt den Preis bekommen. Halt für dieses Video hat jetzt der falsche Blind.dill den Gewinn bekommen. Was ich natürlich, was ich persönlich ganz lustig finde, aber sie auch extrem unfair Ducky überführt, weil das Video ist nämlich echt gut geworden. Und dass er jetzt, ähm, dafür jetzt nichts bekommen hat, das finde ich ziemlich unfair. Hier ist ja nochmal Link in der Beschreibung zu dem, zu dem, äh, eher zu glücklichen Typen eigentlich. Naja Leute, bis zum nächsten Video. Tschüss.